Hallo Leute und herzlich Willkommen zu Grand Hell Wallet oder so, wir spielen einfach mal los, ich hab keine Ahnung vor dem Spiel Okay und wir spawnen hier in einer Art Wald oder was? Also das war mal ein schöner Berg hier alles, mit einer großen Aussicht Dieser Wald war immer voll mit Leben Alles ist laufend Bei dem Travelling Circus kam die Stadt Oh nee, jetzt kommen Clowns oder so Also ein Circus kam jetzt hierher Das Spiel hat niemals die gleiche Nein, in diesem Circus Wo? Ach so, das hier Kann ich das wieder mitmachen? Ah, mit L Ah, noch Flasch? Nein, aber es gibt einen Flaschleiter, okay Ja, dann ähm Okay, das geben sie jetzt So ist es zu den Circus, meine Familie ging auch Ja, wir rennen einfach mal dahin Zum Circus Ich bin ein Schuss dick zu der Reine I don't want to get lost Also ich sollte auf dem Weg bleiben, sonst werden wir uns verlaufen Ich glaub zwar nicht, weil die Map geht irgendwie noch so 10 Meter nach davor und dann ist es aus Aber egal Ähm Ich bin auch ein Leger für Skelette Ich glaube, wir werden jetzt gleich zu einem Zirkus kommen Ist das der Berg? Ja, oder? Ähm, ich glaub wir werden gleich zu einem Zirkus kommen und dann wird ein Clown kommen und uns töten Boah Alter Ey Boah 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 Ich bin ziemlich erschrocken gerade Aber das auch wenn ihr so erschreckt, ich zieh dann immer meine Hände so zum Gesicht Ich weiß nicht wieso Und wenn mir so die Augen zuhalten Boah Und wieder Ja, das war jetzt nicht mehr so schlimm So, das kommt jetzt noch ein paar Mal Aber ich weiß nicht, da hatte ich auch beim Screamman dieses Video Da hab ich beim ersten Jumpscab einfach die Augen zugehalten mit meinen Händen Aber die Augen hatte ich noch offen, aber mit den Händen hab ich einfach alles verdeckt Weil ich nur einfach so ängstlich gerade war Boah Boah Who is there? Show yourself So, jetzt kommen wir nicht mehr raus Das ist natürlich nicht so praktisch The flashlight out of the hams Ja Hey, jetzt hab ich plötzlich eins Ah nee Oh Höh Hm Hm Weil sie mit meinem Herz stunden 100% Herz Ist aber nett Ehre Weiß nicht, ob hier so ein verrückter Clown rumläuft oder so Keine Ahnung Und scheinbar regnet es auch Und Bin in den Wald Oh man ey Ja, interesting auf jeden Fall Cooles, cooles, cooles Game bist du, hallo There's something over there Also ich seh nix Ah doch, da hinten sind Lichter Das ist immer sympathisch, hallo weg Aber wir sollten nicht vom Weg abweichen Boah Alter, man Deswegen bleiben wir einfach auf dem Weg Ah nee, hier ist ein Weg Weg, Weg Weg, Weg Wir gehen auf diesen Weg Also wegen wir Okay, also der Nebel ist schon mal auch ziemlich stark Boom ist irgendwas Ich würde gerne hingehen, aber dann verliehen wir uns Weil, bei der Orientierungsszene ist halt so groß, wie ne Erbse Boah, jetzt hör mal kurz Was? Amazing Show Okay, gehen wir mal rein Wird schon schief gehen Wenn ich noch raus wäre, ich könnte Ich könnte noch raus Ich kann da gar nicht rein Lol ey Nur vorge... Oh shit Wir haben auf dem Posten so erschreckt gerade Wir können hier auch vom Weg abweichen Ah, wir gehen besser zurück Wenn's so neblig ist, dann verlaufen wir nicht locker Locker flockig Ah, was sind das hier? Tickets Jetzt schauen wir keiner mehr Irgendwas? Ne Wer sieht denn hier passiert jetzt eigentlich Ja, wir gehen mal zu diesem Karussell Oder was ist es? Also ich nehme an, das sind Karussell Sie auf jeden Fall so aus Ah, wir können springen Wollen wir hier hoch? Ne, okay, warte mal Ja, Höfel, wie wollen wir denn hier hochkommen? Vielleicht hier? Vielleicht dürfen wir gar nicht da hoch Ja, keine Ahnung Ist doch geil, dann geben wir halt unser Normaler Weg Warte, hier vielleicht Ich glaub hier ist einfach so ne Border Oh, dann kann ich hoch Wobei? Ne, okay Ja, dann, let's go Äh, warte mal Lauf ich so zurück? Hab ich verlaufen Es fängt schon an Ne, warte, wir müssen hier zurück Okay, hier noch ein bisschen Knochen Sehr sympathisch Also, kann ich empfehlen Ist ja Wie Disneyland hier Oh, gehen wir mal weiter Schon lange kein Chimps game gekommen, aber ich sag jetzt bisher immer nix Wow So, hallo, guten Tag So, hallo, guten Tag Rückers Bin ich hier Hier durch Oh, game is saved Wieso? Ach, ist aus Sind wir sie in der Höhle oder was? Ja, scheinbar, lol Ja, scheinbar, lol Ich bin hier bevor Ah, fuck, ich hab nicht Äh, scheiße Egal Okay, ja, das ist schön, dass hier ein Cobweb In den Netze Hm, ich glaube, hier ist nix Woah Gott Hehehe Also, wenn der jetzt hier frei rumläuft, dann war's das ja komplett Oh, Gott, ey Ich hab Ein schlechtes Gewissen Na, fangen wir mal so Fangen wir mal so Wie ist das? Neee, nee Neee Ich will ja nicht mal sonderlich creepy an sich, aber Einfach Irgendein Clown Okay, hier geht's schon mal nicht weiter Woll dann Dann wird's in der Sackgasse 1 Okay, ähm Hier geht's auch nicht weiter Okay, wir müssen also zurück Hab ich gerade festgestellt Ich weiß halt auch nicht, ob der jetzt dann irgendwo zu Tuch rennt oder so oder Vielleicht ist er auch ein netter Kerl irgendwie, keine Ahnung Oh, das ist so ein Hammer, Alter Kann ich den mitnehmen? Kann ich den eins auf die Birne fahren? Ich bin mir erschreckt Ha Ja, ähm, hallo Ja Ja Ich muss eine Flashlight in hier, bevor ich in die... Ach so, wir müssen jetzt haben wir das so Wir müssen ein, äh, eine Taschenlampe finden Wollen wir doch das mal Im Auge juckt's Ähm, ja, Flashlight Also Taschenlampe Ja, das ist hier nix Hier irgendwo was Oh Haben gerade die Sounds aufgehört Dann mach das besser weg Ähm Ja, bis, ähm Vielleicht hier irgendwo bei den Knochen, hä Ja Das gleiche aus Ähm Ja, ne, ja, hin würde Was soll das? Ah Ah, ne Schade drum Vielleicht hier, Circus Kann ich hier durch? Ne Vielleicht doch besser Doch Ne Oh Aber vielleicht kann ich drüber springen Nicht hier? Ne Jocke Schwade Ne, würde ich Das ist zwar besser Oder nicht Aber ich hoffe, mein Feuerzweck hätte mal so ein Weilchen Was soll denn hier in dieser Höhle oder was es auch ist eine Schrägstaschenlampe sein Was ist das hier eigentlich, hä Ähm Ähm Vielleicht hier Momentan Wo? Wieder wieder raus Ähm Hey Ähm Vielleicht Vielleicht Ah Vielleicht Irgendwas Oh Deine Kinder Ja sind mir Hahaha Vielleicht Eine meiner Kinder Ja Okay Okay Jetzt Drew Drew These things Maybe Ah, das ist das Ding Ich dachte genau Äh, ja, aber dann kamen wir Hier war ein Hier waren wir noch nicht Oder? Ja Ist es hier die Taschenlampe? Ja Ist es hier die Taschenlampe? Maybe Ja Ich nehme die Taschenlampe? Ja, ich nehme die Taschen Okay Flashlight Ja Auf jeden Fall Gut Licht Muss man schon sagen Ja, aber so viel besser ist zwar auch nicht Oh Ne, jetzt ist der Hammer weg It's where Ha 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 Hat das jetzt der Clown gesagt? Alter Wenn ich jetzt hier raus Ja Woah Woah Shit Mann Woah Hör doch auf, man Nicht mehr lustig Wieso, wieso sind wir überhaupt hier? Wollen wir nicht immer wieder Oh shit, alter Alter, renn doch schneller Geht's nicht durch Was mach ich denn jetzt? Woah Shit Oh Gott, alter Das ist creepy Hallo, wie geht's Ihnen denn so? Also mir geht's gut Dark Souls Äh, ne, ne, warte Doch, Dark Souls Ja, sah so ein bisschen so aus War das jetzt schon? Ist das wieder das same? Boah, jetzt muss ich das nochmal suchen Ne, eigentlich keinen Bock Ja, Leute Ist hier ein bisschen kürzeres wie... Hey, jetzt kann ich hier schon raus? Aber ich hab noch gar keinen Flashlight Toll Und ja, jetzt läuft der hier wieder herum wie ein Irrer Es war jetzt nicht so creepy Kann ich mal die Mucki ausmachen? Ja, auf jeden Fall war es das mit Grinhell Wallet In diesem Clown Spiel Ähm, ich muss sagen, wenn man vielleicht bei dem Clown So ein bisschen Rassere Kehl-Animationen gemacht hätte Wäre das Spiel schon viel besser Und vor allem irgendwie Musik So wenn der Clown einen verfolgt So Ja, äh, aber Das war's mit Grinhell Wallet Bis zum nächsten Mal, Leute Ach, dann schreibt's jetzt noch in die Kommentare Wie ihr das Spiel fandet Aber ähm, ja Dann bis zum nächsten Mal, Leute Ciao 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 Ciao